Hey Harry, treuer Freund, alter Kumpel! Ja? Wollen wir noch auf gutes Gelingen anstoßen, bevor du losziehst? Na klar, versteht sich! Hauptsache es verbessert deine Chancen! Worauf du wecken kannst... Weißt du, was mir dir so gefällt? Dass du wirklich einen Arsch offen hast? Japp! Und dass es so bleibt, wollen wir doch hoffen. Ein halber Teelöffel hilft sanft bei hartnäckigen Verstopfungen. Auf meinen Freund Harry, den Liebesboten! Bitte, lass doch diesen Quatsch, Hemdchen! Hallo! Die Haustür ist offen! Kommen Sie rauf! Hallo! Hi! Hallo! Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause? Ich bin sofort fertig. In einer Minute? Okay. Okay. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Harry, sind Sie da drin? Ich bin sofort fertig! Würden Sie bitte die Toilette nicht benutzen, die funktioniert nicht. Hä? Die Spülung ist kaputt. Ich wollte mir bloß schnell die Haare waschen. Die Haare waschen? Ja, ich war ein bisschen spät dran und dachte, ich spare Zeit. Okay. Sie finden mich in der Küche, wenn Sie so weit sind. Komm, endlich spül, du Mistvieh. Harry, was machen Sie da drin? Ich? Ähm, ich, ähm, ich putze mir die Zehen... Harry? Ich muss noch gurgeln! Nur einen Moment, Mary, ich bin sofort da! Harry, es tut mir sehr leid, aber es kommt mir etwas Wichtiges dazwischen und ich muss dringend weg. Ich... Es ist sowas wie ein Notfall. Ich erkläre es Ihnen später. Warten Sie! Es tut mir leid, das geht nicht. Ich... Ich muss jetzt dringend los. Ich verspreche, wir holen das nach. Ich verspreche, wir holen das nach. Ich verspreche, wir holen das nach.